Gebäude sind vergammelt und die Schule sieht aus wie ein Gefängnis, das Klopapier hängt von der Decke und die Kabel aus der Wand und der Altbau ist asbestverseucht. Die Lehrer machen Auge aber egal, Hauptsache ich kann mit meinen Mäts zu Rewe pissen und Chips mit Cola frühstücken. Ist halt Schule kann nicht geil sein und diese Schule hat eh nur Wiesbadener Hacks. Nur für Ehrenmänner. Also die Schule ist sehr schön und auch gut, aber es gibt auch sehr strenge Lehrer wie zum Beispiel die Frau Merkel ansonsten gut. Frau Merkel ist inzwischen im Ruhestand Grinse-Smiley. Eine gute Schule für gute Leute. Schausen bei Nausen.